ich habe ich ja auch zwei habe ich leider nicht ich habe nur ich habe nur das remake hier aber ich wollte mir das noch bevor der e shops schließt dann noch holen so viel kostet ja nicht so hoffe war es dann zufrieden ja hier habe ich ein bisschen weiter gespielt aber ich bin nicht so weit wie hier ich habe nur ein item gefunden dass ich nicht gefunden hatte gut ich muss nur kurz jemanden schreiben in telegram damit er weiß dass ich weiter spiele falls er zeit hat denke mal dass er nicht so bescheid kriegt wie ich das tue zum beispiel von daher habe ich die person mal an hat er gedacht ich hätte es gern dass ich ihm bescheid sage die anderen sind ja auf das konto sorti würden das dann mitkriegen ich hätte ihn da mit md 70 schon wieder gut wenn das so weitergeht er muss heute sein lassen will aber noch zu dem metroid hier so ich habe übrigens im privaten spiel aber ausgefunden dass der eisbeam doch schaden macht und ich jetzt sogar umbringen konnte und besiegt so der zweite von acht gut ähm Frage hat mein spiel auch anständig mach mal ein bisschen lauter in der hoffnung dass man es hört Okay Misfi Okay Dann, ähm, mal gucken Wo könnte ich denn lang Ich glaube, ich nehme mal den Fasch noch rund, ne? Zack Auch zu verwenden? Ja Gut Die Fahr abwärts Ach so, das ist gar nicht wie sonst, dass ich dann komplett in das Gebiet bin Auch Okay Okay, dann halt so Das ist auch heißes Gebiet Ich auch nicht voran Ein wildes Lammus? Okay So So Komm her Stirb Schön So Das wäre auch erledigt Okay Okay Ich habe ja diesen Ob mal auf der Taste Schutz Kann ich ja hier mal rüber rollen Hm Stimmt, den Springball habe ich ja Schön, Lammus gefangen Ich habe ein psycher Pokémon Verflug nochmal Komm ich denn jetzt weiter Genau Okay Aha Okay Okay Hier ist also ein Weg Komm ich hier vielleicht weiter Au Mies Au Noch mehr Schaden Was ist das? Ein Anzug? Ja Cool Erste Anzugserweiterung Ferrier Suit erhalten Ach schön Schön Ich bin jetzt hier Schäden durch Gegnerschatt hacken Erschützt zudem vor extremer Hitze Schön So Mal die Gegenscannen Okay Okay Das sieht mir nach ScrewAttack aus So Dann gehe ich jetzt mal ins heißes Gebiet Wo ich endlich mal rein kann Ähm Da 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 Hi Simon Na komm mal her kleiner Da Hübscher Da war er mal Hat er mal live gezeigt, dass er mich gern hat Hehehe Ich mag die Musik Da 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 Ach erinnert mich wieder an Super Metroid No 4 und so Okay Okay Ich hätte mal langsam genug von euch So Der wäre auch endlich tot Gut Willkommen zurück Tess Okay Okay ich glaube ich kann hier nochmal die Gegenscannen Da sehe ich mal auf der Karte Ui Okay Okay Ich bin mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen Ich hoffe die Antwort lautet ja und ich nähere mich einem Metroid Au Au Ähm Okay da komme ich noch nicht lang Okay Okay Joa Jetzt kommt die nächste Form eines Metroids Äh Das war ein Alpha Das heißt jetzt kommt der Peter Metroid Oh 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 Erstmal dass ich gegen den Kämpfe hier in dem Remake Ich schwöre Oh Das hier ist gerade blind die Stelle Wah Au Mist Au Nein Nein Block auf Chili okay klingt interessant Ich habe die Korrektur schon gelesen keine Sorge Ich habe die Korrektur schon gelesen keine Sorge Hey ich will mein Eisbeam behalten Au Au Bis Ich stelle mich an ey Genau wie gestern Au Bei Mist. So, geht doch. Okay. Das war der dritte von 8. Okay, weiter. Nein, ich holte das hier. Shit. Aua. Warte mal, hat er mir das gerade schaden gemacht? Okay. Muss ich einfach schnell machen. Okay. Hmm. Okay. Na dann. Schauen wir mal, wie das hier endet. Meinem Überleben oder meinem Tod? Ich hoffe ja immer mit meinem Überleben. So. So. Lade bitte meine Energie auf, ey. Bitte. Doch. Neu-sichtiger gehen. Heute nicht noch mal. Ne. Das ist das, was ich mir nicht noch mal antue, dass ich da alles nachspielen muss. Oh, Wavebeam. Nett. Und ja, falls es nicht so rüberkommt, danke für den Pass. So. Schön, endlich. Au. Echt jetzt. So. Kann man die damit zerstören? Nö. Damit? Nö. Schade. Ach ja. Okay. Du störst, Verspinde. Ach, Voluminas. Nö. Ich will grad Psycho-Pogman haben. So, speichern. Gut. Gut. Viel Erfolg. Ach, süß. Ach, süß. Süß. Süße Kinder. die kleine katzen gehen da auch ist so ja ich kann auch anders nicht auch schade Äh, das war aber vorhin nicht rot, oder? Könnte ich spüren. Mann. Verdammt, ich komme da immer noch nicht rein. Okay. Well. Klar, halt nicht. Gut. Hm. Hä? Ach so. Okay. Ich bin gerade umsonst ergerannt. Okay. Ja, diese scheiß fliegenden Viecher. Ich bin gerade umsonst ergerannt. Ich habe das Bild von, äh, Tidos gesehen. Hm, hübscher Kater. So, konnte ich jetzt hier auch endlich durch. Ausrufezeichen, yummy. Okay. Nein. Flucht. Ich bin gerade umsonst ergerannt. 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 Okay. Ich bin gerade umsonst ergerannt. Ich bin gerade umsonst ergerannt. Ich bin gerade umsonst ergerannt. Okay. Ich bin gerade umsonst ergerannt. Okay. So, ouch. So, ouch. Gumm ich dann endlich was um das hier zu öffnen, ja? Hier haben wir nice. Andererseits gucke ich dann nach rechts, von unten vielleicht. Autsch. Ehh. Alter, was? Alter. Okay, da habe ich jetzt aber Fortschritt verloren, muss ich sagen. Ja. 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 Mist. Stirb. Du auch. Aua. Ja. gut noch mal aufladen gut noch mal aufladen gut 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 wo komme ich denn jetzt an aber gibt es hier irgendwas nö gut das ist natürlich nett gut wo es nicht wie die reichweite ist gut 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 ruhig ich kann ja jetzt überspringen Paketencontainer. So, dann müssen wir hier 72 dran können. Hm. Gut, dann muss ich wohl zurück. Okay, also das sind Dinge, die einem das Leben erleichtern, aber... Au. Was zum... Aua. Alter. Okay, mal ablegen. Okay. 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 Alright. Okay, gibt ja noch die Option, ne? Vergesse ich manchmal. Gut. Ne, ne? Das ist mies. Alter. Willst du mich verarschen spielen? Okay. 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 Ich hab ne Idee. Dafür brauch ich aber mehr Energie. Obwohl? Nein. Ich brauch mehr Energie. Okay. Ich hab ne Idee. Ja. Ja. Ja, war das Ends. Ich werde diesmal aber versuchen mit OBS zu streamen, statt mit Streamless OBS. Vielleicht läuft das ja besser bei Borderlands. Was ist das, ein Teleporter? Ja, das ist ein Teleporter. Ähm. Ähm. Ja, ich geh mal da hin. Okay. Okay. Mal gucken, wo ich hier hin kann. Was ist das hier für eine Ausroger? Irgendwie etwas unheimliche Farbe hier für die Gegend. Kann ich ja für ein paar schon mal abgeben hier. Äh. Für mich klang das so, als wäre das fest gewesen. Äh. Schmacki. Ähm. Okay. Weil ich glaube, ich habe das mit meiner Verlobten noch nicht. ähm, meiner Freundin nicht abgesprochen. Von daher könnte es sein, wenn ich dann jetzt abends streame, dass sie Theater macht. Und ich weiß auch nicht, ob ich so lange durchhalte. Entschuldigung, ich glaube, ich weiß auch nicht. Wie ist das? Nein, ich weiß nicht. Wie ist das? Ich weiß nicht. Es wird das für die Gesetze geschrieben. Okay. Nein. Obwohl doch vielleicht. Ja. Ich hatte vorhin hier genau da was leuchten sehen. Hier scheint was zu sein. Das sieht noch verdammt frisch aus. Okay. Wow. Entschuldigung, dass ich nicht nur losgelassen habe. Okay. 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 Okay, da ist später was frei. Ich verstehe noch nicht, was das bedeuten soll, aber naja. Gut. Okay. 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 Ja. Dann gucke ich mal, was da in dem Raum los ist. Irgendwas ist da noch. Okay. 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 Ah. Guck mal einen an. Okay. 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 So. Ich hoffe, der bleibt offen. Okay. Okay. Riefen, so der gestrige Stream, schmacki. Falls du nicht im Glück bist. Tja, grün habe ich nicht, also kann ich aber nicht öffnen. anzeigen. Abzeichnen? Ja. Äh, ich fragte. Achso, wegen dem Lörk. Ja. Du bist dem Lörk am Zeichen. So rum. Entschuldigung. Hm. Und da haben wir noch so ein Ding. Und dann habe ich hier das Gefühl, das ist ein Versteck. Okay. Oh, ja, ja. So, ja, ja. Ein wildes Volley. Und dann noch was zum Speichern. So. Und die Anzeige für den Metroid. Link noch mit Bilder. Das heißt, es ist in der Nähe. Ich frage es jetzt nur links oder rechts. Ich gehe von links aus. Ist das wieder ein Alpha oder Beta? Ähm. Ähm. Ah, wieder ein Elektro-Typ. Stirb. Endlich. Und dort. Okay. 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 Das ist die nächste Haut. Stirb. Okay. Okay. Was gibt es hier denn? Oh, noch mehr. Ja. Ist das ein Teleporter? Ja. Ist das ein Teleporter? Ja. Das ist aus dem Speichern. Dann gehe ich da mal zu speichern. Und dann zurück. Ist halt, rennt aber auch wahr? Zumindest habe ich den Eindruck gerade. Zeit rennt mir davon. Ja. Ist halt, rennt mir davon. So. Speichern. Ja. Speichern. Ja. Schön. Dann kann ich ja wieder zum Teleporter gehen. Ich freue mich schon, wenn ich die Skritte kriege. Kann ich durch die Gegenspringen und vieles zerstören, ohne Schaden zu kriegen. Ich liebe das ja. Stirb. Ja. Teleporter verwenden. Gut. Ja. Teleporter verwenden. Ich sehe gerade, da waren Secret Links. Ne, das muss hier irgendwo sein. Hä, was ist das? Was ist das? Ich habe nochmal so viel, wo ich nicht weiß, wie ich rankomme. Ich gebe mir meine Energie wieder. Das ist ein Feuertipp, oder? Ne. Okay. Okay. So, der wäre besiegt. Okay. Dann fehlen mir noch drei. Dann komme ich weiter. Autsch, gar nicht gesehen. Gut. Okay. 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 schön der wäre auch erledigt nicht schon mal drüben der nächste dich im sprung L drücken das ist fatal au au so nein verflucht hoffe ich mal dass ich jetzt nicht viel Fortschritt verloren habe gut es reicht jetzt aber okay nein ich wollte gerade springen verdammt okay na 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 nix da das ist das ich glaube ich hätte ordentlich Schaden gefressen ohne mein Schild ja und mal wieder ich glaube das funktioniert jetzt nur noch einmal und dann ist er weg okay da ist er steht weg da okay besiegt das ist noch ein Metroid in der Nähe sieht so aus die Frage ist jetzt nur wo genau okay so sechs habe ich vier noch zwei da geht es auch fast aufgeführt schön endlich mal gucken ob jetzt meine ehrenenergie reicht doch doch Vielen Dank. Gut. Dann kann ich mir nur vorstellen, dass der Raum nebenan ist, wo ich gerade nicht hinkomme. Also rechts von mir. Ah, fuck. Nein, nicht verwenden. Gut. Ah, schau ich mal. Aha. Ah. Speichere ich mal. Wunderbar. Ja. Okay, gut. 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 Ich habe auch vorhin nicht lange. Au. Gut. Ei, ei, ei. Okay. Ich habe auch vorhin. breitseite eisschuss komm herr komm wieder daneben egal besiegt ist besiegt weil noch ein metroid ok nimm so es So, den habe ich jetzt auch erledigt. Okay, danke für die Heilung. So, nochmal heilen. Ja, und speichern. Okay, sprechen erfolgreich, schöne Sache. Ich will mal probieren, ob das funktioniert. Nein, tut es nicht. Okay. Sorry. Okay. Okay. Gab es da gerade einen Ausschlag? Nein. 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 Ach, war flucht. Gut. Ah, guten Abend, Modcats. Wie geht es dir? Okay. Okay, grün. Weiß ich nicht, wie ich das öffne. Wie geht es dir an? Normaler Kopfschmerzen oder Migräne? Ja. Und auch von mir gute Besserung. Wie geht es dir? Ja. Vielen Dank. Nein. Ach ich, alter Fellkopf, ey. So, rolle, rolle hoch. Ich habe gerade ausprobiert. Stirb. Ich habe gerade ausprobiert. Ach, die ist viel nervt. Okay. Gucke ich mal, ob ich hier unten irgendwas machen kann. Äh, nein, ich wollte das gerade nicht machen. Ich wollte eigentlich den Gegner erledigen. Aua. In dem ich jetzt gerade leider reingesprungen bin. Äh, da ist nichts versteckt. Äh, da sehe ich jetzt keine mit Cat vorbeizukommen. Tja, mal gucken. Wie könnte ich jetzt weiterkommen? Schön, beide erledigt. Okay. 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 Mist. Hm, ein Fleckmann. Hier war mal ein Metroid. Okay. Okay. Hmm. Ja, was mache ich nur? Wo gehe ich hin? Ich mache mal den Teleport. Ach ja, äh, Fahrstuhl. Aufzug wie auch immer. Ah, keiner war der Fleck, Mann. Wirkt die jedenfalls so. Ja. 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 ich scheine alle erwischt zu haben ich habe gerade immer noch kein plan wo ich hier muss um das nächste metroid zu finden ich habe gerade immer noch kein plan wo ich hier bin da ein stimmt doch wieder voran so das möchte für die rakik gewesen sein ja so 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 tschüss tschüss so ok hoffe ich mal dass ich langsam mal zum ziel kommen ja ich wollte nochmal diese eine stelle da aktivieren die mir vielleicht verrät wo ich hin könnte ja teleportation verwenden gucke ich mal ob es mir hilft naja ok dann komme ich da schneller hin noch ein bisschen weiter nach rechts und dann komme ich zu der statue die mir das anzeigt wo der letzte sein könnte ok dann gehen wir mal die vier dinge ab aber einer fehlt mir leider noch kann es mir helfen ja toll ja toll ok was passiert wenn ich jetzt hier hochfahre ok was passiert wenn ich jetzt hier hochfahre ok so noch ein bisschen was zu erkunden mache ich das mal ok 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 so das gut habe ich dieses geheimnis endlich mal erreichen können wenn man das so nennen darf Gut. Stirb. Ich hasse die Viecher. Okay, ich probiere es von der anderen Seite. Die Suppe zu baden könnte mich töten. Mist. Also... Ne, das bringt mich nicht weiter. Ich glaube gerade mit der Matz, wo ich gehen muss. Mist. Okay, ich mache aber trotzdem erstmal hier noch. Okay. Dann habe ich den auch endlich. So. So. Stirb. Okay, zumindest habe ich eine Idee, was die Sache gewesen sein könnte. Vielleicht komme ich ja auch hier weiter mit den Heiterboots oder mit dem Icebeam. Okay. So. 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 Okay. Scheiße. Gut. Ein wildes Icognito. Mal gucken, ob es klappt. Ach. Ja, das wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. So. Was gab es denn hier so? Ja. Okay. Okay, dann habe ich das auch gut. Gut. Dachte ich mir schon. Gut. 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 Dann wäre der Weg offen. Gut. Gut. ich wahrscheinlich den Spacer. Ich dachte gerade hätte es einen Ausschlag gegeben. Und der ist auch erledigt. Ja, spreche einfach mal. Hm. Tja. Ich habe schon am Nerven die Viecher. Tja. Tja. Ja. Ich speichere. Und das da hinten müsste der Teleporter sein. Das aussieht wie die Schalte mit Vögeln. Uuuuh. Entschuldigung. Ja. Verwenden. So. Dann gehe ich mal da. Danke. Oh, wow. Wo waren die Ställe jetzt eigentlich? Ja. Hm. Verdammt. Wo habe ich denn das jetzt gehabt? Was war da hinten, oder? Äh. Sieht mir ja stark danach aus. Warum blickt das da oben? Muss ich da wieder hoch? Nein. Nicht so rum. Okay. Ja. Aus. Jetzt. Entschuldigung. Ja. Moment, äh, ich, ne, das hab ich doch schon nix gemacht, egal, oh ja, ich komm mit dem Metroid näher, wo schreiben wir hier lang, okay, ich scannere die Gegend mal, okay, da drin müsste er sein. Ei, 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 aua. Okay. Okay. Okay, ich fress jetzt ganz viel Eis. Oh, wow. Was? War schon wieder so? So, erledigt. Ei, ei, ei. So, 8 von 8, dann hab ich das auch endlich. Ach, endlich. Okay, jetzt warum komm ich da nicht raus, dann muss ich andersrum. Ähm. So wird auch das gut funktioniert haben, hehehe. Aua. Gut. Es blitzt nicht mehr. So, Tete Porta, schön. So. 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 Okay. So. zack dürfte sich ja die farbe hoffentlich ändern wenn ich das hier erlebt habe und die lässt dna abgebe ja dann kann ich jetzt weiter runter gut 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 Dankeschön, viele von den Fischern. Ich hoffe, das waren jetzt die Letzten. Zwei Stunden. Okay, dann habe ich jetzt das geschafft. Schön. Okay, was ist das? Keine Ahnung, obwohl, was passiert, wenn ich Eis benutze? Aufgeladen Eis auch nicht, gut. Ja, Aufzug benutzen. Kann mich ja gar kein Ver- oder? Ich habe mich erschreckt. Bin ich froh, dass ich geblockt habe mit dem Konter. Ach du Scheiße, zehn Stück. Metroid Dns benötigt, um Versicherung zu öffnen. Kein Metroid Dns wird es gestellt. Ähm. Also, was mir jetzt einfällt, rüber spidern. Okay, nochmal Scannen. Oh, was zum Speichern. Ah, das klingt nett. Ja, speichern. Autsch. Aua. Nächster. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Okay, komme ich nicht weiter. Was hat das denn gerade für ein Geräusch? Okay. Hey. How? What's geket? Mhm. Mhm. Vielen Dank. Scheiße, wo lang? Ich habe so den Eindruck, ich muss nochmal zurück. Ich habe so den Eindruck, ich muss nochmal zurück. Ich komme nicht durch die Tür, nach oben komme ich auch nicht. Ich habe so den Eindruck, ich muss nochmal zurück. Okay, scheinbar kann ich darunter auch verlassen. Aber ich mache so wenig Schaden. Okay. 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 Vielleicht könnte ich auch woanders hin. Ich gucke, muss mal schauen. Ich gucke, muss mal schauen. Ich gucke, muss mal schauen. Ich gucke, muss mal hier hin. Vielleicht komme ich ja hier weiter. Mal schauen. Okay. 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 Tja. Mal gucken wir noch nicht ran. Mal gucken, ob ich auch so zurückkomme, wie ich denke. Okay. 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 Okay, dann durch hier. Nein, auch da. Vorher komplett gegrillt was, Freundchen. Oh nein. Oh. Okay. richtig langsam schön wir können dann mal jetzt besser oh hier ist was versteckt naja so macht man das also ich will nicht noch mal nach oben ok zumindest habe ich jetzt einen plan wie ich das machen kann jetzt frage ich mich nur komme ich da runter ok jetzt wird mir zu blöd ich den teleporter start ok teleporter verwenden da gibt es hier irgendwas ja irgendwas was auffällig ist wird da hin ouch yep ja 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 Okay, bin ich schon mal ein Stückchen weiter. Schön, ein E-Tink. Gut, gucke ich mich nochmal hier genauer um und fall einfach durch. Okay. Dann kippt hier. Was jammerst du denn? Das ist los. Dann gibt es jetzt die ganze Zeit nur da. Okay. 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 Danke. Keine Ahnung warum die ganze Zeit der Lahn losgeht. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das die ganze Zeit so tut ist. Hm. Genau, ich habe keine Ahnung. Genau, ich habe keine Ahnung. Genau, ich habe keine Ahnung. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020